Ich bin auch schon Gast dabei. Hopp, hopp. Genau, ein Skunk hier. Und mit dem sind direkt mal zwei mehr gekommen. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit Team Slayer. Die sind mir gefolgt. Richtig. So, deine Stalker. Ich, echt? Wirst du dir eigentlich Halo 4 holen? Ja, klar. Ja, dumme Frage. Ich werde es jetzt plain, Mann. Ja, ich werde es auch machen. Ja, sowieso. Ich werde ganz viel zum Multiplayer machen. Ja, Leute, das wird jetzt sowas sehen mit der Show, dass es immer mal wieder Live-Kommentary gibt. Ja. Was soll Alko sagen? Keine Ahnung, falls ihr GoldloveTV kennt. Ich weiß es nicht. Der macht gerade sowas ähnliches zu Gears of War 3. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast bei ihm. Goldlove kenne ich, aber ich glaube... Nee. Oh, Powerhouse. Gefällt mir. Jedenfalls, ja, macht er gerade die sechste Staffel. Das wird bei mir jetzt so ablaufen, dass... Jede 10 Parts werde ich eine neue Staffel anfangen, damit das irgendwie cooler klingt. So, Stapel zwei. Stapel 364. Boah. Dann macht es auch so krank, am Ende habe ich 700 Parts und... Nö. Eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Aber ich mache einfach weiter. So. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Du kannst die Show ja Halo nennen, dann kannst du direkt bei Halo 4 weitermachen. Stimmt. Wieso nenne ich die nicht einfach Halo Live? Richtig. Ja, gut, Show heißt doch Halo Live. Hehehe. Ähm. Wie ist das eigentlich mit dir? Spielst du aktiv Halo, Reach? Ab und zu habe ich mir meine Phasen, aber irgendwie... Das ist wie bei COD. Manchmal habe ich Bock und manchmal habe ich irgendwie keinen Bock. Ich habe gerade voll das Halo 4, man. Das ist nicht ganz normal. Seit ich die... Ich weiß nicht, hast du schon ein paar Halo-Montagen angeschaut? Ähm, ja, aber nicht so viele. Ja, ich... Ich habe ja... Meine Xbox ist auch schon seit 2008 und da habe ich... Ähm... Ich weiß nicht, ob du Campy kennst. Campy? Irgend so was? Ja. Ja, dank dem Sender-Montage habe ich wieder angefangen mit Halo. Und bin so am Suchten seit drei Tagen. Dass das nicht mehr schön ist. Ja. Okay, Mann. Ja. Der Sound ist zu laut. Ha! Ja, hier ist die Lade schon jetzt los hier. Hä, habe ich nicht gesagt. Sprint, ne? Ja, ich habe doch Sprint, ne? Ich fahre mich echt, wieso du so einen riesen Delay haben kannst. Ich meine, ja, okay, ich habe einen Minimal. Uah! Habe ich irgendwie eine andere Steuerung? Ha! Sehr schön. Oh! Ich dachte gerade, ich habe die falsche Steuerung drin. Sehr schön. Ich flinkert auch um was zur Hölle. Ich sehe rote Punkte. Ich finde die Steuerungstitel voll geil. Hier, Bumperjumper. Bumperjumper sind bei Halo 3 extrem viele. Ja, war ich auch. Siehst du, ist immer Bunnyhopen. Voll geil. Was war eigentlich so dein bester Killstreak, sag ich jetzt einfach mal? Weil die haben hier ja voll die geilen Titel. So Kilimanjaro. Achso, ja. Ja. Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mein bestes war, glaube ich, Killtacular. Aber es war auch bei, es war, glaube ich, nicht beim normalen Slayer. Das war bei irgendeinem Besonderen. Ja, das ist schon richtig genial. Ich glaube, also, bei Team Swat, oder? Oh, oh. Äh, nee, Team Swat sterbe ich zu schnell, logischerweise. Fuck. Ich bin ja infiziert extrem gerne. Heißt das hier auch infiziert? Äh, ich glaube, bin mir gerade nicht sicher. Das finde ich ganz cool. Okay, komm. Und Assassin, Assassination. Fuck. Ey, ich bin so schlecht im Nailswerfen. Das ist, das ist nicht mehr normal. Ey, fick dich, Mann. Du mit einem blöden Hammer. Ich stehe ja voll auf Assassination, ne? Also, finde ich voll genial. Ich finde das so geil. Dafür nehme ich auch gerne 1000 Tode in Kauf, wenn ich es einmal schaffe. Ja, immer schön von hinten kommen und so. Ja, genau. Deswegen nehme ich auch immer Sprinten. Dieser Smooth hat mich schon verraten, der Sack. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, nö, ey. Das habe ich nie gefunden. Ich muss das, ich muss echt schauen, wie ich das mit der Steuerung mache. Das ist so ein großer, so ein großer Unterschied zwischen, äh, Fernseher und, äh, PC. Kauf dir einen HDMI-Splitter. Hm, das ist, ich mach. Easy peasy. Dann sieht das viel einfacher aus. Ach, das werden die irgendwie Steuergeräusche? Ich habe wahrscheinlich mein Handy mal wieder nicht, äh, in den Flugmodus geschaltet. Also, ich habe keine Steuergeräusche. Das mache ich schnell mal. Nicht, dass ich gleich irgendwie eine SMS bekomme und dann... Ja, ja, das runterkommt. Ja, also Leute, nicht flamen, falls ich relativ schlecht bin. Ich schiebe die Schuld mal wieder auf was anderes aus, außer mein Skill. Oh, oh. Ha! Ey, nee! Wieso, wieso bin ich so schlecht im Granaten werfen? Das Einzige, was ich mit meinen Granaten treffe, ist mich selbst. Das kenne ich. Deswegen werfe ich nie Granaten. Ich habe die meisten Kills bei Halo mit einem, äh, mit einem Nahkampf, weil ich einfach alles zu Brei haue. Eigentlich der größte Homo, der größte Bitch-Move, aber egal. Jetzt stirb endlich. Ja, toll. Ich glaube, ich habe da gerade ein bisschen die Rübe abgeschossen. Was geht ab? Boah, nur Assist, ich glaube es nicht. Danke, Bubafett. Der Typ hat Mama. Ey, vielleicht sieht er dir zu. Dann deabonniert er dich. Soll er doch. Ich komme darauf gar nicht klar, da ich muss immer aufpassen, mit wem ich spiele. Ich beleidige immer so gern andere Menschen. Wenn dann der zufällig mitspielt und die sagen, äh, du blöder Hurensohn. Ja, kannst du noch erinnern, ähm, bei diesem, ähm. Oh ja, bei COD. Ja genau, bei COD. Oh nee. Als du diesen Typen da beleidigt hast. Ey, der Typ tut mir echt so scheiße leid. Ich wusste mir das. Ich habe es in den Kommentaren geschrieben. Ich wusste jetzt eher, dass es ist, Alter. Tut mir so leid. Vor allem, der hat meine Videos richtig oft kommentiert und so. Also, der war richtig cool. Wie hieß denn? Alter, das ist ein Uf. Du riechst mich gerade so heftig auf. Das ist eigentlich... Nur Assist, der Typ hat schon 13 Kills und ich habe drei. Warte, warte. Affaszination. Affaszination. Ganz ruhig. Er sieht dich nicht, er sieht dich nicht, er hört dich nicht. Er tut nichts. Er tut nichts. Komm. Sprint und jetzt fick ihn weg. Äh. Ja, Massaker. Was? Wieso? Geht das mit dem Hammer? Egal. Jawoll. Kickstealed. Like a boss. Ey, ich finde es immer voll scheiße, wenn so ganze Partys in einem Spiel beitreten und eine lief von denen. Mann, ey, ey. Geht denn da so drei Spieler weg? Ja, das ist... Das ist richtig nervig. Ey, das ist auch behindert. Deswegen, ich... Das machen sie ja in COD 4 anders. Da kannst du ja auch im Spiel joinen. Ich verstehe gar nicht, warum das Halo nicht so macht. Ja, wegen dem Skill-basierten. Achso, natürlich. Sie wollen halt nicht von wegen, dass jetzt irgendwer... Kennst du bestimmt auch, wenn du bei COD irgendeinem Spiel joinst und du gerade voll am verlieren bist. Ja. Er ist in den Tod gesprungen. Na gut. Aber ich finde es nicht unbedingt schlimm, dass sie es bei Halo 4 so machen. Würde mich nicht jucken. Aber gut, weil du hier das Skill ansprichst. Ich meine, bei Halo 3 zum Beispiel, da habe ich in den letzten paar Tagen nur gegen einen 50er gespielt und bin die ganze Zeit ausgerastet. Ja, kenn ich. Weil da spielen einfach keine Anfänger mehr. Das fängt auch keine neue an. Da spielen nur noch Leute, die es können. Ich finde, Halo 3 ist mir auch ein bisschen zu langsam, einfach weil es überhaupt keinen Sprinten gibt. Ja, das ist immer irgendwie eigen. Manche finden es voll scheiße, manche finden es voll gut. Das Einzige, was ich an Halo 3, äh, an Halo Reach auszusetzen habe, ist, dass es eben die, ähm, BR nicht mehr gibt. Ja. An Liebeswerfer. Na, dafür gibt es jetzt diese komische DMR. Ja. Die auch noch Rückstoß hat. Sehr geil. Ja. Obwohl es gerade, glaube ich, eine Zeige, ich weiß gar nicht, gibt es immer noch, da ist ein Unsichtbarer, ähm, irgendwie so ein No Recon. Massaker, wunderbar. Äh, nee, nicht, sondern ich glaube, das hieß, glaube ich, No Bloom. Ja, genau, No Bloom. Das, 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 das gab es ja scheinbar bei der MLG. Äh, oder so. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch gibt. Habe ich bei Max F. Peers gehört. Komm runter, du. Oh, maaan. Ich wollte immer wieder, ey. Oh, ich habe jetzt irgendwie fast umgebaut. Ich glaube, ich hätte fast Boba Fett erwischt. Das. Mann, der Penner mit seinem Scheiß. Hahaha. Das hat die halt nicht immer damit. Die sterben einfach nur da durch. Ja, mit seinem Jetpack, Alter. Vielleicht klappt es ja mal beim siebten Mal. Hahaha. Oh Gott, ey, mein schlechtes Spiel bisher. Ja, Alter, vorhin hattest du einfach mit 17 zu 4, Alter. Ja, genau. Ich habe extra nachgeguckt, wie oft du gestorben bist. Da hatte ich aber sauer Glück bei dem, bei dem Spiel davor, Alter. Ich habe zuerst so verkackt und dann habe ich irgendwann die Shotgun bekommen. Smooth, Alter. Der klaut echt jeden Scheiß-Kill. Ich werde dir doch jetzt wohl noch einen zehnten Kill machen, oder? Wehe, ich bekomme nicht. Wehe, ich bekomme nicht. Jawoll! Das Glück gemacht, nachdem zwei geliebt sind alles da. Jetzt bin ich wegen dir letzter. Oh, Menno. Rolf, Mann. Rolf. Ja, ich stehe dir bei dir. Sehr gut, Leute, das war's beim ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich war nicht zu leise. Weil das ist ja bei mir öfters so. YOLO. Ähm. Ja, ich nehme an, ich werde mir bis zum nächsten Part so einen HD-Mini-Splitter kaufen, damit das hier auch gut läuft. Ja, wenn ihr mal mitspielen wollt, dann addet mich einfach. Oder schreibt einfach euer Game-Attack in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut. YOLO. Richtig.